Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur IT-Sicherheit. So, heute wollen wir uns ein paar Angriffe angucken auf die symmetrische Kryptographie, die tatsächlich möglich sind. Ich habe zwar letztes Mal gesagt, oder vorletztes Mal, es gibt keine Angriffe auf symmetrische Kryptographie, weil man zum Beispiel AES benutzen kann. Aber wir haben schon im letzten Video gesehen, es kommt auch natürlich darauf an, was wir für einen Modus benutzen und wie wir die Blöcke miteinander verhaspeln. Und heute wollen wir uns angucken, wie man eben auch trotzdem noch angreifen kann, selbst wenn man den richtigen Modus, also AES im CBC, AES 256 von mir aus, oder von mir aus auch irgendwelche stärkeren Varianten wie Serpent oder die ganzen anderen. Genau, und ja, wir haben hier einmal das Szenario, wir wollen ganz normal, also symmetrisch kommunizieren und wollen zum Beispiel eine Überweisung tätigen. Und zwar 1000 Euro an den, also von Alice nach Bob zum Beispiel. Und was jetzt passieren kann, ist, ein Angreifer kann das Ganze ausnutzen und zum Beispiel einfach 5000 Euro draus machen. Das bedeutet, man hätte am Ende mehr überwiesen und jetzt ist auch ungefähr klar, wer den Angriff hier am sinnvollsten durchführen kann. Das heißt, man kann die Nachricht verändern. Jetzt nehmen wir einfach mal an, ihr sprecht ja normalerweise nicht mit dem Empfänger des Geldes direkt. Das heißt, ihr werdet normalerweise an eine Bank eine Überweisung übermitteln und diese Bank wird dann wiederum das Geld überweisen. Jetzt kann man natürlich hier nicht nur diese 5000 Euro statt 1000 Euro reinmachen, dann das ist ja relativ offensichtlich, wer da gerade angegriffen hat und man merkt es auch relativ schnell. Sinnvoller ist es vielleicht aber, wenn man diese Nachricht einfach vielleicht ein bisschen ummanipuliert, dass der Empfänger, also die Kontonummer des Empfängers leicht abgewandelt wird, sodass man selbst das Geld empfängt. Und dann ist man schon über alle Berge, bis das überhaupt mal auffällt. Also das heißt, hier nicht nur der Betrag kann abgewandelt werden, die komplette Nachricht kann einfach teilweise abgewandelt werden. Man kann also die Nachricht zwar nicht entschlüsseln, aber man kann zum Beispiel einfach hier in dem Fall jetzt mal 5 machen und dann hat man plötzlich den fünffachen Betrag drin. Das geht tatsächlich und das kann man auch auf einzelne Blöcke machen. Das heißt, der Angriff ist durchaus lukrativ. Also nehmen wir jetzt einfach mal an, wir sind Bob. In dem Fall hätten wir einfach das Fünffache bekommen. Ist aber trotzdem relativ schwer, sowas zu machen. Also kryptografisch muss man da schon ein bisschen Ahnung haben und muss sich da auch wirklich reinfuchsen, bis man das da wirklich hinkriegt. Was man jetzt aber stattdessen als Lösung macht, also ich zeige euch gleich noch einen zweiten Angriff. Was man stattdessen als Lösung macht hier, ist einfach, man hängt den Hashwert hinten dran. Das heißt, wir wollen ja eigentlich 1000 Euro senden und der Angreifer verändert das Ganze auf 5000 Euro. Aber der Hashwert, der muss überprüft werden und zwar von unserer Bank. Jetzt ganz kurz zu Hashfunktionen. Hashfunktionen sind ziemlich cool. Achso, ja, das wollte ich euch gleich noch zeigen. Hashfunktionen sind ziemlich cool, weil man hat eine Einwegfunktion. Einwegfunktionen sind eigentlich, ja, gibt es offiziell gar nicht, aber man nimmt halt an, dass es ein paar gibt. Und man hat auch von MD5 zum Beispiel angenommen, dass es eine Einwegfunktion ist. Mittlerweile weiß man es besser. Also man weiß offiziell bei der ganzen Kryptografie nicht, ob es wirklich sicher ist. Man kann nur sagen, es ist sicher für heutige oder für aktuelle Verhältnisse, weil man keine Angriffe drauf kennt. Und da hängen viele kluge Köpfe dran, da Angriffe zu finden. Und ja, da ist man schon relativ zuversichtlich, dass es keine Angriffe gibt. Hashfunktionen als kleines Beispiel, zum Beispiel Shade 256 oder 512, dann Bcrypt, Scrypt, die ganzen Kryptowährungen sind auch auf Hashwerten basiert. Und was die im Endeffekt machen ist, man steckt eine Nachricht rein in diese Hashfunktion. Ihr könnt euch das vorstellen wie eine mathematische Funktion. Man steckt eine Nachricht rein, zum Beispiel eben diese 1000 Euro, die überwiesen werden sollen. Und raus kommt irgendein Gemurks. Also wirklich, wenn ihr euch mal so ein Hashwert anguckt, da ist keine vernünftige Zahl drin. Das ist im Endeffekt, es sieht aus wie absolut zufällig, aber es steckt relativ viel Mathematik drin. Aber die kann man nicht umkehren. Das heißt, man kann wirklich nur in eine Richtung rechnen. Und von diesem Hashwert, das ist das Allerwichtigste davon, von diesem Hashwert kann man die Nachricht selbst nicht mehr zurückrechnen. Das heißt, wenn ich weiß, da müssen 1000 Euro drinstehen, dann kann ich den Hashwert, also wenn ich weiß, berechne Hashwert von 1000 Euro, also von der Nachricht 1000 Euro, dann kann ich das super schnell machen. Innerhalb von ein paar Millisekunden ist das fertig. Aber wenn ich Hashwert von 1000 Euro habe, also den fertigen Zufallsgemurksmist, dann kann ich 1000 Euro, also die Nachricht, die wir reingesteckt haben, nicht wieder rausfinden. Und das ist ein ziemlich gutes Ding und eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft. Denn jetzt hängt man einfach diesen Hashwert da hinten dran, hinter die Nachricht und dieser Hashwert wird am Ende vom Empfänger, also zum Beispiel von unserer Bank, überprüft, ob eben dieser Hashwert gleich ist. Klar, in den Hashwert wird auch meistens noch irgendwie ein Schlüssel reingesteckt, also es gibt Schlüssel-Hash-Funktionen, die zeige ich euch aber jetzt hier nicht in der Playlist, das müsst ihr auch eigentlich gar nicht wissen. Normalerweise ruft ihr einfach nur Shade 512 oder BeCrypt oder sowas auf und dann wird das automatisch gemacht. Und ja, was man jetzt hier eben sehen kann, ist, dieser Hashwert, wenn der überprüft wird, dann steckt der Empfänger erstmal natürlich die normale Nachricht rein, die vom Angreifer verändert wurde, also 5000 Euro. Das heißt, er berechnet Hashwert von 5000 Euro. Und dieser Hashwert ist natürlich anders als der Hashwert von 1000 Euro. Die haben auch nicht irgendwie das Verhältnis mal 5 zueinander, sondern die sind absolut zufällig. Und das heißt, hier merkt der Empfänger, oh, diese Nachricht wurde verändert, die nehme ich einfach nicht an. Und er schickt zum Beispiel jetzt an den Absender, hey, schickt bitte die Nachricht nochmal, irgendwas ist hier schiefgegangen. Vielleicht ist es ja kein Angreifer gewesen, vielleicht ist einfach nur irgendwie eine Übertragung schiefgegangen oder sowas. Das kann mal vorkommen, wenn es irgendwie gerade einen Witz einschlägt oder sowas. Möglich, aber unwahrscheinlich, das heißt, man geht davon aus, es war ein Angreifer, also sagt man einfach, okay, die Nachricht ist einfach weggeschmissen. Klar, funktioniert wunderbar. Jetzt haben wir aber immer noch ein Problem. Und zwar, was passiert, wenn ich jetzt einfach den Hashwert oder wenn ich die komplette Nachricht abfange, inklusive Hashwert? Das heißt, ich schicke nicht 5000 Euro und Hashwert von 1000 Euro, sondern ich schicke einfach 1000 Euro plus den Hashwert von 1000 Euro. Also so wie die Nachricht eigentlich an meinen Empfänger weitergeleitet werden soll. Und jetzt sagt Bob, höhö, ich habe gerade 1000 Euro von Alice bekommen, ich habe hier die Nachricht. Und jetzt schicke ich einfach diese komplette Nachricht nochmal. Das heißt, er schickt 1000 Euro und den Hashwert von 1000 Euro. Das ist ja die Nachricht, die schon bei ihm ankam. Und das ist jetzt natürlich, ja, da kann man nichts dagegen machen, weil in dieser Nachricht der Hashwert ist komplett richtig. Das heißt, wir haben hier auch wirklich sozusagen eine echte Nachricht geschickt. Und das nennt sich dann Replay-Angriff. Das heißt, man schickt einfach dieselbe Nachricht nochmal. Und das funktioniert erstaunlich häufig auch bei richtig großen Unternehmen. Also es gab tatsächlich schon einige wichtige Angriffe auf irgendwelche Unternehmen oder sowas, die tatsächlich Replay-Angriffe waren. Das heißt, man hat einfach dieselbe Nachricht mit dem Hashwert hintendran nochmal geschickt. Und alles hat wunderbar funktioniert. Das heißt, man hat einfach tatsächlich hier zum Beispiel zwei Überweisungen von jeweils 1000 Euro getätigt. Wenn man das natürlich jetzt fünfmal oder zehnmal macht, dann hat man natürlich auch wieder 5000 Euro bzw. 10.000 Euro. Also alles kein Problem. Deswegen hat man sich gedacht, Mensch, wir machen noch eine Zeit hintendran. Das heißt, man hat ein kurzes Zeitfenster, wo man eben diese Nachricht auch benutzen kann. Und das ist eben dieser Zeitstempel. Der wird dann teilweise auch noch in der Nachricht mitgeliefert. Das heißt, man schickt nicht 5000 Euro, sondern man schickt 1000 Euro, Zeitstempel, wann ich die Nachricht losgeschickt habe. Und dann sagt man Hashwert von 1000 Euro und Zeit. Und dabei spricht man jetzt von MEX, also Message Authentication Codes, das was auch rechts oben steht. Ja, also nochmal ganz kurz zusammengefasst. Der Hashwert von der Nachricht ist unglaublich schnell zu berechnen. Und man kann aber aus dem Hashwert die Nachricht nur durch Brute Force extrahieren. Das heißt, man muss wirklich alle Hashwerte durchprobieren. Also ich müsste jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, A, B, C, D bis Z und Groß- und Kleinschreibung. Und alles müsste ich durchprobieren, um wirklich auf meine Nachricht zu kommen. Und bis dahin ist der Zeitstempel schon lange ausgelaufen. Genau. Wichtig ist hier, dass ihr euch den H-Mag oder den H-Mag merkt. Das ist der Algorithmus, der normalerweise benutzt wird. Ihr müsst nicht wissen, wie der im Detail funktioniert. Das ist relativ mathematisch da innen drin. Ihr müsst nur wissen, dass ihr den benutzen könnt. Und der ist auch wirklich okay für solche Sachen. Ja, das war es schon wieder von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt jetzt zwei Angriffe kennengelernt. Wenn jemand sich mit Krypto nicht auskennt, dann könnt ihr diese Angriffe auf jeden Fall auf ihn fahren. Und die sind sehr, sehr häufig erfolgreich. Mittlerweile weniger als früher, weil viele Kommunikationswege sind tatsächlich schon automatisch mit H-Mag oder sowas gesichert worden. Aber manche, wenn jemand selber seine Kryptografie implementiert, dann ist es sehr, sehr häufig möglich, dass er da irgendwie was vergisst. Und dann kann man da guten Angriff drauf fahren. Gut, das war es wirklich von meiner Seite. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.